Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Seko und willkommen auf meinem Kanal, Freunde, ja Freunde und heute gibt es garantierte TDW-Sets, also ihr seht ganz genau jetzt im Shop haben wir 9 Stück, wir machen jetzt gemeinsam das 10. Jungs, ja die sind untauschbar, aber später kommen auch tauschbare, also falls ich einen schlechten Spieler ziehen sollte, also einen schlechten Inform, werde ich das dann bei tauschbaren benutzen, aber jetzt erstmal machen wir untauschbare, also so sieht das aus, 83 Gesamtbewertung, 40 Chemie und natürlich 11 Spieler, so 10, geben wir jetzt auch ab, jetzt haben wir im Shop 10 garantierte TDW-Jungs, ja also wir können was krasses ziehen, wie zum Beispiel auch ein Suarez, Neymar, Hazard oder so, wäre auf jeden Fall nice, mal sehen was wir so ziehen werde, vielleicht auch Salah, so Jungs, die sind aber untauschbar, nicht zu vergessen, so ein Neymar wäre nicht verkehrt, ja dann könnte ich mein Neymar in Form verkaufen, momentan kostet Neymar so fast eine Million Jungs, ich hoffe wir 10 Neymar, bevor wir anfangen Jungs, was habt ihr gezogen, habt ihr die TDWs gemacht, untauschbare, tauschbare, schreibt mir das unten in den Kommentaren, was ihr so gezogen habt, könnt ihr auch gerne auf Instagram auch schicken Jungs, einfach ein Screenshot machen, schicken eure Bilder, dann poste ich das auch, mir ist gerade noch was eingefallen Jungs, um 17 Uhr kommt noch ein Video, Doppel Upload, wir werden gemeinsam in Form Salah jagen und wir haben was krasses da gezogen, es hat unglaublich Spaß gemacht, auch auf Instagram, beziehungsweise Insta-Story habe ich da was gepostet, also nicht verpassen Jungs, um 17 Uhr kommt noch ein Video, Gönnt euch das Video jetzt, ich glaube mindestens 15 TDWs haben wir jetzt, ja, let's go, komm, ihr gönnt uns, so, oh mein Gott, Worldcourt, gleich erst City, mindestens 480 Jungs, Frankreich, eh ne, Martial, 85, let's go, Nika, was los hier, gleich erst Peck, Peckluck ist am Start, Alter, Martial, welcome, my friends, Alter, Jungs, seid mal ehrlich, Peckluck ist am Start, oder, also 90 Tempo, 84 Schuss, 77, 87 Rebling, auf jeden Fall, super Sub, Martial ist am Start, Jungs, ja, das ist so krass gerade, Martial, ich will mal gucken, was Martial einfach kostet, let's go, Bro, der kostet einfach mal 100k, nehmen wir natürlich mit, Jungs, wir haben noch 9 Packs am Start, danach machen wir auch natürlich die Torchbarren, da muss ich mal einen Cut machen, Jungs, da mache ich die Torchbarren mit Omar gemeinsam, gönnt euch das Video, holt euch einen Chips, Cola, Peckluck ist am Start, Martial haben wir gezogen, und wir nehmen jetzt die 2, mal sehen, ob jetzt noch wieder ein Worldcourt kommt, ja, leider nicht, aber nicht so schlimm, nicht so schlimm, Jungs, weil, die Spieler können wir natürlich, wer ist das denn, Orban, 82er Karte, also die Spieler können wir auch, natürlich bei Torchbarren benutzen, Orban, 82, ja, 55 Tempo ist jetzt nicht so, na, ganz gut, so, machen wir weiter, das dritte, dritte, 3, Jungs, ja, und zwar, wir gehen mal ganz nach hinten, Nr. 8, come on, okay, ey, es kann doch nicht sein, Alter, einfach hintereinander Orban gezogen, das ist auch krass, so, Jungs, es geht hier weiter, wir haben noch 7, Packs noch am Start, mal sehen, ob wir jetzt wieder, okay, ich wollte sagen, ob wir wieder Orban ziehen, aber wir ziehen einen Worldcourt auf jeden Fall, also, so, mindestens 84 plus, Belgien, Lukaku, nein, Mertens, Mertens, let's go, 88er Mertens, was los hier, let's go, Alter, ey, Packluck ist am Start, Packluck King, ja, 88er Mertens, let's go, Alter, Jungs, super sub, Mertens am Start, Alter, was kostet der Mertens, auch 180 eigentlich, ey, das ist zu krass, gleich machen wir auch die Tor sparen, ihr schaut, wie ziehen da Mertens, Mertens, dann kann ich euch auch direkt verkaufen, also, wir haben viel Packs gezogen, zweimal Orban, und zweimal Worldcourt, einmal Mertens, ja, also, ich bin ehrlich, ich dachte, wir ziehen hier nichts, also, gar kein Worldcourt, aber, wir haben richtig gut angefangen, ey, back to back Worldcourt, come on, was ist los hier, komm, gib mir, Hazardnehmer, Kolorov, wer ist das, ja, Kolorov, 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 84er Kolorov, auch nicht schlecht, man kann auf jeden Fall auch mit Kolorov spielen, Jungs, ja, 73 Tempo, 73 Schuss, ganz stabile Werte eigentlich, wenn man so guckt, warum nicht, ja, man kann auf jeden Fall mit Kolorov spielen, so, natürlich kommt der erstmal, in den Feind, bevor er kommt, guckt man mal einen Preisvergleich, was er so kostet, also, er kostet ungefähr so 20 bis 25 Gramm, aber, seine Werte sind eigentlich, gut, ist jetzt nicht so schlecht, so, 5 Packs noch, 3 Warcouts, 2, keine Warcouts, und 4 Warcouts, come on, Jungs, was ist das, ey, das ist zu krass, ja, Bruder, muss los, 4 Warcouts, 4, 80er, 4 Packs haben wir noch übrig, Jungs, danach kommen die Torschbaren, wird auf jeden Fall nice, Jungs, nicht zu vergessen, um 17 Uhr, kommt, äh, in Form jagen, mit, Omar, es hat richtig Spaß gemacht, Jungs, Torwart, nichts Besonderes hier, und zwar, wird der, Olsen, nichts Besonderes, 81, und wir geben auf jeden Fall, Olsen gleich ab, hier bei Torschbaren, ich hoffe, wir schaffen da so, 5 bis, äh, 10 Packs, ja, und dann, wenn wir da einen Warcouts kriegen, dann könnte ich da ausrasten, so, wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, drei Warcouts gekriegt, oder 4, 4, und jetzt, und wieder Orban, alles klar, Bruder, ja, Orban, zum dritten Mal hier, und wir haben noch, drei Packs, Jungs, ich hoffe, mindestens noch einen Warcouts, so, Jungs, also nicht wundern, wir haben jetzt hier, drei Packs wieder am Start, wir müssten einen Torschbaren machen, weil wir Orban jetzt, zum dritten Mal gezogen haben, ja, ich wollte ihn ja jetzt einfach nicht so abstoßen, und ja, das Problem ist jetzt, ja, wir wissen einfach nicht, welche tauschbar ist, und welche untauschbar, ja, mal sehen, wir ziehen einfach mal jetzt, ja, so, ich hoffe, wir ziehen einen Warcouts, und das ist tauschbar, gar keine Ahnung, Jungs, ehrlich, das soll, das soll einfach untauschbar sein, so, RM, das wird der, wer ist das, Digi, Rashika, so, Jungs, er ist untauschbar, Glück gehabt, ganz easy, so, Jungs, wir haben noch zwei Packs, aber danach kommen die Tauschbaren, so, wir ziehen mal, let's go, Digga, Walkout, komm, bitte tauschbar, bitte tauschbar, komm, nein, nicht tauschbar, untauschbar, bitte, Forrest, guck mal, wie er kommt, er kommt wieder so, oder was ist los hier, so, Forrest wieder am Start, mal sehen, ob er jetzt, äh, untauschbar ist oder tauschbar, untauschbar, let's go, untauschbar, Jungs, jetzt kommen die tauschbaren Packs, so, Jungs, es geht natürlich jetzt weiter, wir haben jetzt zehn untauschbare gezogen und jetzt haben wir sechs tauschbare, aber am Ende werden wir 20 Stück haben, so, jetzt geht's los, Jungs, ich hoffe, wir ziehen wieder einen Walkout und ich hoffe, Märzens oder so, damit wir mal ein bisschen Mützen hier rausholen, ja, so, sechs Stück und wir fangen mal mit, hier, mit Nummer 5 an, natürlich, ja, wenn die tauschbar sind, gehen die kein Walkout, ne, naja, egal, alles klar, Bruder, alles klar, Digga, Orban, zum vierten Mal, genau, zum vierten Mal ziehen wir Orban, ja, das ist schon krass, so, aber, Orban können wir gleich hier benutzen, wir werden natürlich jetzt, ähm, Orban in den Fein nehmen, wir werden insgesamt 20 TDWs haben, ja, am Ende des Videos, also, jetzt noch fünf, danach haben wir 16 Jungs und dann vier Stück mache ich noch, so, nehmen wir die zwei, einmal so einen Walkout gönnen, egal, es kann doch nicht sein, Digga, machen wir das extra, oder so, du kriegst nur Orbans oder so, ich schreibe glaube ich im Titel so, wir zählen nur Orban, ey, das ist schon krass, ey, zum, zum fünften Mal Orban, so, Orban, Brudi, du kommst nach oben erstmal, ja, so, wir haben noch vier Stück Jungs, schreibt mal unten in den Kommentaren, Jungs, wie viele Orban, ja, bestimmt wieder Orban, wie viele Orban haben die gezogen, Jungs, bestimmt Orban wieder, Jungs, guckt jetzt, let's go Bruder, ich muss los, zum sechsten Mal, ey, das ist doch zu krass, Sticker, ey, was ist das, ey, das kann doch nicht sein, dass die das extra machen, so, du kommst wieder nach oben, Bruder, safe Orban, Jungs, Oh, ein Wunder, kein Orban, ein Wunder, Olze, nee, Olze sag ich, Rusnak, so, 81, nur, ja, die werde ich gleich hier benutzen, ich mach dann Tauschbare, ja, so, zwei Tauschbare-Packs haben wir noch, komm, Digga, einmal Walkout, damit wir mal ein bisschen Feeling hier haben, Mann, Orban, oh, kein Orban, ja, man kennt ihn, ja, nix besonderes, 81, so, die Tauschbare waren bisher einfach, Mülkowski, Jungs, so, unser 16. insgesamt, jetzt, ja, dann machen wir noch 4 Packs, Dankeschön, danke, ja, geil, es gibt gar keine andere Spieler, Jungs, ja, es gibt nur Orban und der von Leverkusen, ja, geil, 81, der kommt jetzt auch natürlich nach oben, so, insgesamt haben wir jetzt 16 Packs gemacht, ich mach jetzt noch 4 Tauschbare und danach haben wir insgesamt 20 Stück, ich hoffe, die letzten 4, ein, einer muss noch Walkout sein, Mann, komm, ich bereite mir jetzt vor, so, die letzten 4 Packs sind auch jetzt am Start, wir haben insgesamt 5 Walkouts gezogen, ist auch nicht schlecht, weil sehen, ob wir jetzt eine Walkout kriegen bei Tauschbaren, ja, ich hoffe, ich hoffe, wir starten, wir nehmen mal die 2, ihr könnt natürlich unten in den Kommentaren schreiben, Jungs, was ihr so gezogen habt, ob ihr bei Tauschbaren Walkout gezogen habt, überhaupt, ja, Bruder, wer ist das denn, Digga, wer ist das denn, Bruder, wer ist das, Bruder, so, 3 Packs noch, ich möchte nur einen Walkout haben, nur ein Walkout, nur ein Walkout, Olsen, ne, ich hab gemerkt, er heißt Olsen, guck, ja, ich weiß, Torwart von, ah, ist wrong, so, 2 Packs noch am Start, komm, Digga, Alter, einmal nur, ein Walkout, lass uns mal gemeinsam, wir freuen, let's go, Heide, komm, bitte gib mal was krass, Digga, Belgien, stöhnt mal, nein, 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 einfach Troll, einfach Troll, ihr habt mich einfach genommen, gerade, ach, du scheiße, mein Gott, Digga, die haben mich so krass genommen, gerade, oh mein Gott, Digga, die haben mich krass genommen, gerade, oh mein Gott, soll uns letztes Pack, für heute, die haben mich so krass genommen, okay, let's go, oh mein Gott, letztes Kommt, Digga, bitte gib was krasses, bitte, bitte kein Schottland oder so, ich hab ihn zum, keiner, ins Orban 2 geworden, Mann, oh Boris, so Jungs, ich hoffe euch schon das Video gefallen, wenn ja, die Daumen nach oben, wir hatten auf jeden Fall jede Menge Warcouts, ja, EA hat uns ein bisschen noch getrollt, am Ende, ich dachte, wir ziehen dann Mertens, ja, was ist, wir ziehen einfach Batschoi, aber egal, nicht so schlimm, wir sehen uns dann, heute Abend, um 17 Uhr, in vom Jagen Salah, wir haben was krass gezogen und es ist unglaublich witzig, also nicht verpassen Jungs, seid dabei um 17 Uhr und Peace! und Untertitelung des ZDF, 2020